Hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch erzählen, wie der Ramadan hier bei mir in der Türkei ablaufen wird. So Gott will natürlich immer vorausgesetzt und erzähle euch ein wenig, möchte euch ein bisschen vorbereiten, weil natürlich mein Tagesablauf sich höchstwahrscheinlich dementsprechend anpassen wird und verändern wird. Und wie immer nehme ich euch natürlich, so Gott will, mit einem Schluck Kaffee. Ramadan, man weiß es immer nicht ganz genau, da wird dann der Mond genau betrachtet und von den höchsten Gelehrten dieser Welt im Islam festgelegt, wann genau der Tag ist. Aber aller Voraussicht nach ist Montag. Wir haben heute Mittwoch der erste Fastentag, das sind glaube ich noch fünf Tage oder vier Tage und dann beginnt die Fastenzeit. Unser Ramadan, wir in der Türkei sagen hier auch, übrigens nicht Ramadan, das wird nur in Deutschland so genannt, es ist Ramazan. Also wenn ich mal von Ramazan rede, dann wisst ihr, dass es der Ramadan ist. Also in Deutschland sagen wir es mit D und in der Türkei mit Z und dieses Z in der Türkei wird ja, wird auch anders geschrieben. Es wird nicht Ramadan geschrieben, sondern es wird Ramazan geschrieben und Ramazan, das Z ist ja in der Türkei ein S. Also es wird wie Z ausgesprochen, also genau umgekehrt wie im Deutschen und deswegen spricht man hier von Ramazan. Aber ich möchte euch heute eigentlich berichten, wie es bei mir aussehen wird, wie werde ich den Ramadan, so Gott will, begehen. Was wird sich verändern, was wird sich auch in meinem Tagesablauf verändern. Wenn ihr mir lange folgt, dann wisst ihr das schon. Ich habe letztes Jahr schon gefastet, ich habe jetzt schon lange, wie gesagt, über 20 Jahre früher gefastet, als ich noch ganz gläubige Muslima war, beziehungsweise gläubig war ich immer, aber praktizierend ist das richtige Wort dafür. Und da wart ihr aber noch nicht dabei. Und seit ihr dabei seid bei mir hier auf dem Kanal, war das das erste Mal, dass ich auch persönlich gefastet habe letztes Jahr. Und dieses Jahr wird es so Gott will wieder der Fall sein und ich möchte euch mitnehmen und möchte euch wieder zeigen, wie mein Tagesablauf hier in der Türkei diesmal sein wird. Ich bin auch selber gespannt. Ich habe ja schon einen Fastentag letzte Woche mit euch zusammen gemacht. Das war am Sonntag, meine ich, letzte Woche. Und da habt ihr schon so ein bisschen so einen Eindruck gewinnen können, wie es eventuell aussehen wird. Also, in aller Regel ist es so, dass die ersten Tage immer am schwierigsten sind. Ich glaube, das kann man so sagen. Schwierig eigentlich nicht wirklich, insofern, als dass man nicht so viel Hunger hat am Anfang. Der Körper denkt sich, ich glaube, der tritt auf so eine Notfallbremse und versucht, alle Reserven, die er intrusst hat, zu mobilisieren, damit der Mensch eben keinen Hunger hat. Natürlich hat man Hunger, aber ich, oder ich kann nur von mir reden, ja. Man weiß, man darf nicht essen, aber es ist nicht so, dass man wirklich richtig Hunger und Durst hat, ja. Weil der Körper ist noch total gut versorgt, ja, von den letzten Zeiten, in denen man eben nicht gefastet hat, sodass er das ganz gut wegsteckt, gerade am ersten und am zweiten Tag. Aber spätestens am dritten, vierten Tag merkt man, moah, also jetzt kriegt man aber doch schon ordentlich Hunger und Durst vor allem. Also, ich kriege ja nie Durst eigentlich, es ist richtig heiß. Bei mir ist immer der Kaffeedurst das Schlimme und bei mir ist auch der Hunger dann das Schlimme. Ich kriege wahnsinnigen Hunger irgendwann, weil ich ja auch kein Mensch bin, der den ganzen Tag dann schläft. Es gibt ja auch Menschen, die schlafen viel, das mache ich aber auch. Also, ihr werdet mich sicherlich auch ab und zu mal schlafend finden, beim Schluck Kaffee schon davon reden, da weil das ist nicht mehr lange, dass ich das nicht darf. Aber der Kaffeedurst, der ist schon, den muss ich schon in mir wegdenken, muss mich dann irgendwie beschäftigen und ablenken und vor allen Dingen kriege ich Hunger, ne. Und ich bin ja kein Mensch, der schläft jetzt den ganzen Tag, sondern ich beschäftige mich, ich mache, ich tue, ich muss ja auch arbeiten. Und insofern kriegt man Hunger, ne. Wenn ich mich körperlich bewege oder irgendwas mache auf YouTube oder wie auch immer runtergehe, ja, dann bekomme ich Hunger. Und auch wenn man hier nur zu Hause sitzt und Fernsehen guckt, du denkst eben ständig an die Dinge, die du nicht darfst, ja. Und das ist auf jeden Fall schwer, der Ramadan ist für jeden immer schwer, ist auch im tiefsten Winter schwer, wenn wir ja kurze Tage haben. Nochmal zur Erklärung, wir dürfen weder essen, noch trinken, noch rauchen, noch irgendwelche anderen Aktivitäten machen, die Menschen vielleicht Mann und Frau tun, ja. Ja, dass das alles verboten in der Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Dafür gibt es feste Zeiten, die in jeder Stadt natürlich ein wenig anders sind. Es kommt eben darauf an, wann geht die Sonne unter und wann geht sie auf. Deswegen werdet ihr auf der Welt immer unterschiedliche Fastenzeiten haben. Die einen haben Glück, haben gehört oder Glück, die werden in dem Jahr Glück haben, da sich die Zeiten aber nicht auf einen Monat fixieren, sondern es wechselt jedes Jahr, es ist jedes Jahr neun Tage früher, glaube ich, meine ich, als im Jahr davor. Das heißt, wir haben immer alle Jahreszeiten und alle Monate einmal durchgespielt im Laufe der Jahrzehnte. Und insofern müssen alle mal irgendwie die in Jahreszeitenregionen leben, alle Jahreszeiten durchspielen. Und ja, es gibt eben Regionen, wo die Tage kürzer sind und wo sie länger sind. Gerade natürlich auch, wenn man die Jahreszeiten miterlebt. Und ich bin gespannt, wie es hier in der Türkei ist. Ich habe tatsächlich noch nicht geguckt, aber das werde ich demnächst einmal machen. Und insofern wird es so sein, dass ich ganz viel, inshallah, die Nacht mit Beten verbringen werde. Ich werde viel Koran lesen. Wir sollen alle möglichst den Koran einmal in diesem Monat durchgelesen haben. Bei mir wird es, so Gott will natürlich, vorausgesetzt mehrfach der Fall sein. Ich schaffe es so, in der Regel drei bis vier Mal den Koran durchzulesen im Ramadan. Ich hoffe, inshallah, dass der liebe Gott mir die Kraft gibt, dass ich das wieder schaffen werde. Außerdem werde ich viele freiwillige Gebete in der Nacht machen. Es gibt auch eine heilige Nacht in diesem Ramadan, in der ich beten werde. Immer, wie gesagt, so Gott will. Und deswegen wird sich der Tagesablauf wie folgt zutragen. Ich werde vor Sonnenaufgang, da gibt es eine bestimmte Zeit, die heißt Imsak. Das heißt, auf den Kalendern, die ihr dort überall immer seht bei den Muslimen, die überall aushängen. Es gibt in den türkischen Supermärkten, überall liegt dieses berühmte Papier am Ramadan, können sich alle Muslime kostenlos mitnehmen. Das ist ein Service der Supermärkte und Moscheen. Dann kann man sich das Papier an die Wand hängen und da stehen alle Zeiten ganz genau drauf. Kann man sogar, dieses Jahr habe ich gesehen, sich abkreuzen, den Tag, den man gefasst hat. Unsere Kinder, die haben das immer durchgestrichen. Diesmal kann man es abkreuzen, ankreuzen, wegkreuzen, wie auch immer. Dann weiß man genau, wie viel man schon geschafft hat. Und ich werde so roundabout, ich würde mal schätzen, dass hier, ich glaube, es war 6 Uhr letzte Woche, 6 Uhr 4, meine ich, war Imsak. Da darfst du nicht ab, da darfst du nicht mehr essen, darfst nicht mehr trinken. Und ich denke mal, dass es dann vielleicht nächste Woche vielleicht 5.45 Uhr ist, vielleicht auch 5.30 Uhr, wo Imsak ist, morgens früh. Das heißt, ich werde dann ungefähr eine Stunde vorher schon beginnen zu essen. Das mache ich immer. In dieser Stunde werde ich bis zum Imsak Koran lesen. Währenddessen trinke ich meinen Kaffee, werde essen. Da werde ich wahrscheinlich ein bisschen den Fernseher dann anmachen, während ich esse. Und dann werde ich Kaffee trinken. Also ich würde mal sagen, so drei Becher mache ich meistens am Morgen. Und werde in der Zwischenzeit aber immer viel Wasser dazu tun. Also ich habe mindestens so, na, ich habe letztes Jahr immer so einen halben Liter bis 75 Milliliter, habe ich meistens geschafft, während ich morgens Koran lese und dann auch das Gebet für das Freiwillige und so weiter verrichte. Ich versuche schon relativ früh immer aufzustehen. Vielleicht, das habe ich letztes Jahr immer gemacht, dass ich so um 2.30 Uhr schon aufstehe. Dass ich dann nämlich mein, vielleicht auch 3 Uhr, wenn um 5.30 Uhr Imsak ist, dann würde ich sagen, ich würde so um 3 aufstehen. In der Regel, das habe ich letztes Jahr geschafft, ob ich es dieses Jahr schaffe, das weiß ich nicht. Deswegen rede ich immer davon, dass ich dann spätestens eine Stunde vor Imsak aufstehen werde. Aber in aller Regel stehe ich zum Tajahit-Gebet auf, zum freiwilligen Gebet, welches möglichst im letzten Drittel der Nacht gebetet wird. Da kann man so viel beten, wie man möchte. Man kann sowieso immer so viel beten, wie man möchte, aber es gibt eben so spezielle Gebete, die besonders sind, die besonders viel Lohnen bekommen. Und deswegen, dazu zählt auch dieses Tajahit-Gebet. Man kann dort seine Wünsche an Allah richten. Er ist sehr aufmerksam dann da beim Zuhören und auch in der Erfüllung der Wünsche. Und deswegen, ich bete dieses Gebet sehr gerne und immer mal wieder, wenn ich die Kraft dazu habe und mich aufraffen kann. Dann ist natürlich immer eine Überwindung, im letzten Drittel der Nacht aufzustehen, die Gebetswaschung zu vollziehen und zu beten. Aber daran liegt ja auch die Schwere und dann natürlich auch der Lohn, den man dafür bekommt. Und im heiligen Monat, so sagen wir ja, sind alle Teufel, sind die Satane an der Kette. Das heißt, wir haben die tolle Möglichkeit, außerhalb der Einflüsterung des Satans und des Teufels uns zum Gebet einfacher zu bewegen. Wir können uns besser konzentrieren, das merkt man auch. Man kann besser beten, man kann den Koran konzentrierter lesen. Wir glauben eben daran, dass es daran liegt, dass die Teufel in diesem Monat angekettet sind. Und insofern denke ich, dass ich so um 2 Uhr, das habe ich letztes Jahr gemacht, jede Nacht so 2.30 Uhr aufstehe. Ich brauche da auch keinen Wecker. Wie ihr wisst, wache ich alleine auf. Ich brauche eigentlich gar keine Wecker mehr, schon viele Jahrzehnte eigentlich schon nicht. Ich nehme mir vor, um die Zeit aufzuwachen, dann wache ich auch auf. Deswegen wird das kein Problem sein. Und dann stehe ich auf, dann mache ich als erstes dieses Tajayit-Gebet. Man beginnt, soweit ich das weiß, ja immer vorausgesetzt mit 2 Wecker, also mit 2 Gebetseinheiten. Und die anderen, man sollte dann mit einem ungeraden Rekat abschließen, mit einem Vizish. Und das mache ich dann meistens auch. Also ich würde, je nachdem, wie es mir geht, ja, wenn ich sehr müde bin und wenn ich sehr kaputt oder irgendwie Aua habe oder so, dann mache ich weniger. Aber wenn es mir gut geht, dann versuche ich schon über 10 Wecker auch zu beten. Über 11 dann, natürlich wird es uns gerade ungerade sein, so meistens so 13 dann, wie beim Nachtgebet auch. Und ja, anschließend lese ich den Koran, meistens bis zum Imsak. Und währenddessen versuche ich, meinen Wasservorrat einzutrinken. Es hat ja auch keinen Zweck, wenn du vor Imsak einen Liter Wasser trinkst, weil das kann der Körper ja gar nicht aufnehmen. Sondern ich versuche dann schon, die Abstände auch so groß wie möglich zu halten. Also immer langsam viel zu trinken, damit ich am Tag genug Flüssigkeit habe. Ich trinke am Ramadan viel mehr, als ich sonst tagsüber trinken würde, eben weil ich Angst habe, dass am Tag irgendwelche Defizite auftragen. Ich trinke eigentlich niemals so viel. Ja, aber am Ramadan trinke ich relativ viel, weil ich versuche eben, den Körper zu durchwässern. Genau. Und bis zum Imsak lese ich dann, wie gesagt, Koran, trinke meinen Kaffee, esse ein bisschen was und versuche die Zeit zu nutzen, indem ich viel dann auch bete. Also Tajaid-Gebet nach dem Aufstehen, im letzten Dritte der Nacht, dann Koran lesen, zwischendurch essen und trinken, vielleicht ab und zu nochmal zwei Rekka zwischendurch beten. Kommt immer drauf an, wie es mir geht. Und dann bis zum Imsak, dann mache ich nochmal vier Gebetseinheiten und dann bete ich nochmal die zwei Rekka und zwei Rekka-Fars, zwei Rekka-Synet beim Morgengebet. Also zwei Sünet, zwei Rekka-Fars im Morgengebet. Und dann ist eigentlich Schluss im Kasten. Versuche nach dem Morgengebet wieder Koran zu lesen. Natürlich, das mache ich ja jeden Morgen, weil da ist auch die Belohnung wieder hoch. Die Engel sind zugegen und es ist sehr empfohlen, morgens den Koran auch zu lesen. Und das mache ich dann auch nochmal nach dem Morgengebet. Vielleicht nicht so lange, aber vielleicht auch richtig lange. Kommt immer drauf an. Man hat in dieser Zeit immer mal dann sehr viel Kraft. Die Kraftreserven sind sehr hoch, weil eben, wie gesagt, der Teufel angekettet ist und wir nicht so faul sind, wie wir es sonst sind vielleicht. Und da können wir dann, schaffe ich es sehr oft auch, dass ich dann mich nicht mehr hinlegen muss, sondern dass ich dann den Tag auch beginne. Ja, dann werde ich nochmal wieder so müder. Inzwischen haben wir unsere Niät genommen. Das heißt zum Imsak, wenn wir nicht mehr essen und trinken dürfen, dann nehmen wir uns vor. Wir sprechen das auch aus. Wir fasten jetzt für dich, Allah, und bitte nimm das an. Oder Ähnliches wird dann gesagt und ab dem Zeitpunkt ist Schluss. Wir müssen es aber vornehmen. Also wir müssen das sagen. Wir müssen uns vornehmen, für Allah zu fasten. Und dann ist das Fasten aktiv und wir werden weder essen noch trinken noch sonst irgendwelche geschlechtlichen oder ähnlichen Aktivitäten veranstalten. Und dann beginnt der Tag ganz normal. Es ist also nicht so, dass erwünscht, dass wir uns jetzt den ganzen Tag hinlegen und die Nacht zum Tag machen sozusagen und schlafend die Fastenzeit beginnen, sondern wir sollen unseren ganz normalen Tagesablauf, den wir bisher hatten, auch weiterführen. Das liegt ja darin, eben die Erschwernis, seinen täglichen Aufgaben nachzukommen, ohne seinen Tagesablauf umzustellen. Das machen ja dann viele, dass viele dann auch den ganzen Tag schlafen. Ich finde das nicht so, also ich glaube daran, dass es besser wäre, sein Arbeitsleben genauso instand zu halten, als tun würde man nicht fastet. Ja, es soll ja schwer sein. Es soll ja eben uns herausfordern und uns zeigen, wie eben die armen Menschen auch leben müssen, wenn sie die nichts zu essen und zu trinken haben. Ja, so ist das. Und dann versuche ich natürlich, meine normalen Aktivitäten am Tag durchzuführen. Ich werde aber wahrscheinlich schon im Laufe des Tages immer mal mich wieder hinlegen und weiß ich nicht, eine Stunde schlafen. Ich denke mal, der Vormittag oder am Mittag, je nachdem, wie aktiv ich sein werde, weil ich möchte ja auch für euch drehen, ich muss ja oder ich möchte ja auch arbeiten. Ich denke, das wird mich auch vom Schlafmodus ein bisschen ablenken, weil wenn man so sitzt und nichts tut und Fernsehen guckt oder weiß ich nicht, irgendwas macht, was nicht herausfordernd ist, dann kommt natürlich der Schlaf. Aber ich versuche, ich nehme mir jedenfalls vor, nicht viel in meinem Tagesablauf zu verändern. Aber wenn einem natürlich der Schlaf in der Nacht, der wird ja sehr reduziert sein, fehlt, dann kann es natürlich sein, dass ich auch mal tagsüber mich ein wenig hinlege. Ja, kommt immer darauf an, was ich mir vorgenommen habe und was ich mit euch machen wollen würde und wie viel ich noch an Arbeit zu erledigen habe. Und dementsprechend werde ich dann das auch weiterhin so tun. Ja, es wird jetzt nichts Besonderes verändert gemacht, aber die Nacht wird schon mehr zum Tag gemacht. Also es wird schon mehr in der Nacht gemacht, weil es eben großen Lohn gibt, wenn wir Koran lesen, wenn wir beten, wenn wir uns viel mit unserem Glauben beschäftigen in dieser Zeit. Und dafür ist die Nacht da. Ja, natürlich sollen wir auch tagsüber weiterhin unsere Gebete einhalten. Sehr wichtig natürlich, unsere fünf Pflichtgebete sind Schart, würde man auf Türkisch sagen, sind Pflicht, ja, wie das Wort auch sagt. Die müssen gemacht werden, dafür gibt es keine Entschuldigung. Im Gegenteil, es gibt Erleichterungen für kranke Menschen. Sie können im Sitzen beten, sie können im Liegen beten. Es gibt alle Möglichkeiten, aber gebetet werden ist Pflicht für jeden Muslim. Und ich versuche, so Gott will, das auch einzuhalten. Aber ich denke mal, so meiner Erfahrung nach zu urteilen vom letzten Ramadan, es ist schon eine Herausforderung. Kommt auch ein bisschen natürlich auf das Wetter an. Mal schauen, wie warm es hier wird. Wie viel kann man von der Zeit auch draußen verbringen, muss man schauen. Aber in aller Regel, ich habe schon alle Jahreszeiten durch, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Ich habe den tiefsten Winter durchgefasst und ich habe auch den heißesten Sommer durch mit Fasten. Also ich kenne alle Jahreszeiten, ich weiß genau eigentlich, wie es geht und hoffe, dass es mir Allah die Kraft geben wird, das auch insofern weiter durchzuhalten. Ja, und kurz vor Sonnenuntergang wird es dann so sein, dass man schon den Tisch macht, dass man gekocht hat natürlich, dass man sich freut, dass das Fasten gebrochen werden kann. Bei mir ist es in der Regel nicht sehr kompliziert. Ihr wisst, ich esse nicht kompliziert. Ich werde mir vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, meine gewohnten Gerichte kochen, die ich bisher auch gegessen habe. Da wird es nichts Besonderes geben. Vielleicht werde ich mir Nudeln kochen. Vielleicht tue ich mir auch mal Hackfleisch. Habe ich überlegt, dass ich mal ein bisschen was an Eisen auch bekomme in dieser Zeit, dass ich mir Sauce Bolognese dazu machen kann. Oder vielleicht auch mal Hackfleischbällchen oder so eine Tomatensuppe mit Hackfleischbällchen. Ein bisschen auch was anderes, als ich sonst gegessen habe, zumal jetzt auch die Blumenkohlzeit zu Ende geht und auch die Porrezeit nicht mehr lange anhält. Und darauf habe ich auch nicht so Hunger, glaube ich, wenn ich in der Fastenzeit bin. Ich denke mal, dass man da abends dann schon auch richtig gut warmes Essen essen möchte. Und zum Nachtisch wird es bei mir immer etwas geben. Also Gott will also meistens traditionell natürlich Vanillepudding mit Kremschante oder mit Sahne. Aber am liebsten Kremschante, diese türkische, feste, fettige Sahne, die ich am liebsten esse dann. Ich denke aber, dass es auch mal vielleicht einen Kuchen geben wird, den ich backe oder ähnliches. Vielleicht mache ich auch mal irgendwas Außergewöhnlicheres. Ich weiß es noch nicht. Ich werde auf jeden Fall immer eine Süßigkeit abends essen. Und dann bist du wirklich pappesatt, sodass du dann auch nichts mehr essen kannst. Ja, du wirst dein Essen essen, dein warmes Essen, deinen Nachtisch und vielleicht nochmal einen Tee, wenn es geht. Und dann werde ich auf jeden Fall auch so müde sein, dass ich dann schlafen gehe. Das wird aber auch vor 10 Uhr nicht der Fall sein. Ja, und dann ist die Nacht wieder kurz. Man geht vielleicht um 10, halb elf ins Bett, wie jetzt auch. Weil bis du gegessen hast und bis du alles intus hast, was du dir am Tag erwünscht hast zu essen am Abend, das dauert auch seine Zeit. Weil der Magen sagt ja auch irgendwann Stopp. In aller Regel kann man am ersten Tag noch richtig viel. Und am zweiten und am dritten und am vierten wird es dann abends schon sehr viel weniger, wenn man eben der Magen schrumpft. Ja, man kann nicht mehr so viel essen abends. Ich jedenfalls nicht und meine Kinder auch nicht. Und insofern kocht man immer viel mehr, als dann am Abend gegessen wird. Ja, und dann würde man schlafen gehen, so Gott will. Und versuchen so ein bisschen wenigstens zu schlafen nach dem Nachtgebet. Das Nachtgebet wird dann meistens, also ich denke mal so um neun wird es dann sein, viertel vor neun das Nachtgebet. Und dann würde ich auch schlafen gehen und würde dann versuchen, eben den Schlaf bis 2.30 Uhr zu schlafen, den ich dann brauche. Damit ich eben 2.30 Uhr, 3 Uhr wieder zum Tajayit-Gebet, zum Freiwilligen-Gebet im letzten Drittel der Nacht aufstehen kann, Koran lesen kann, wieder mich mit dem Gebet und ähnlichen Dingen beschäftigen kann. Ja, ich lese auch oft die Radite. Ich habe ja ein dickes Radite-Buch, darin lese ich. Und das kommt dann auch immer in die Nacht mit rein. Also es wird alles, man beschäftigt sich also den ganzen Monat Ramadan sehr viel mit seinem Glauben und sein ganzer Tagesablauf wird dementsprechend ausgerichtet. Und das wird auch bei mir wieder der Fall sein, Inschallah. Und insofern, ja, ich glaube, ich habe euch soweit alles erklärt, wie es ablaufen wird, damit ihr dann auch schon mal ein bisschen Bescheid wisst. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und für alle die Fasten. Ich wünsche euch einen tollen Ramadan. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich hoffe und bete, dass es euch leicht fallen wird. Und ja, bis bald. Tschüss.